Für die meisten unserer Partner und potenziellen Kunden gestalten sich fortwährend die gleichen drei Probleme. Preisdruck, Termindruck, Flexibilität. Unsere Idee an unseren Produkten im reinen Direktvertrieb besteht sich darin, dass wir sowohl die Flexibilität wie auch kurze Zeitläufe, annähernde Nullfehlerquoten und das Ganze zur optimierten Preisgestaltung anbieten möchten. Die Bedürfnisse und Prozesse der Kunden werden daraus resultierend analysiert und in folgende Kategorien unterteilt. Wir haben Kleinstendungen, die bei uns im Bereich der Stückgüter laufen oder im Expressbereich. Wir haben Teilladungsverkehre, die an 1 bis 15 Tonnen in der Auslastung eines Standardfahrzeugs, eines 40 Tonnen LKWs laufen und wir haben natürlich die klassische Komplettladung. Darüber hinaus liefern wir Projektladungsverkehre, Projektverkehre, beschreiben wir alle Verkehre, die eben überbreit sind, überlang, übermäßig viel Gewicht, auf mehr Achsen transportiert werden müssen, im Binnenschifffahrtsverkehr transportiert werden müssen, die einfach der klassischen Anforderung eines LKWs oder eines Beförderungsmittels weit hinaus Anforderungen stellen. Wenn wir den Stückgüterverkehr nehmen, dann war es uns immer wichtig, mit unserem Verkehr im Simply Direct, dass der Kunde eine Lösung erhält, die den gleichen Qualitätsanspruch bekommt wie der Komplettladungsverkehr. Bedeutet, wenn Sie heute einen Mikrochip verschicken wollen, dann soll dieser Mikrochip natürlich auch ohne weiteren Umschlag, ohne der Gefahr eines Verlustes von A nach B transportiert werden. Diese sogenannten Nullstufigenverkehre, die wir hier anbieten, haben den Bedarf, dass sie kostenoptimiert laufen müssen. Wie funktioniert das denn bei uns? Kostenoptimierung stellen wir her, indem wir eine Vielzahl an Partnern und Liefermengen täglich auf eine entsprechende Menge Ladeeinheiten verteilen können. Um dies sicherzustellen, muss die Spezialisierung auf eine Relation hergestellt sein. In diesem Fall haben wir uns für Rumänien entschieden, ein Land, das durch die fortwährende Expansion im Bereich der Elektronik und der Automotiven hohe Zukunftsaussichten gestellt hat und immer noch stellt. Was ist der Vorteil für den Kunden, für unseren Partner, für potenzielle Kunden? Der Vorteil besteht darin, dass wir durch den Nullstufigenverkehr Verluste, Beschädigungen, Lieferverzug gänzlich ausschließen können. Durch die hohe Dichte der Beförderungseinheiten schaffen wir Reaktionszeiten innerhalb von 24 Stunden im regulären Versand und Laufzeiten zwischen maximal vier Werktagen im Standardversand. Im Expressverkehr sieht es ein bisschen anders aus. Der Bedarf bei vielen Kunden besteht natürlich auch darin, kurzfristig liefern zu können, gerade wenn die Prozesse oder die Beschaffungslogistik höhere Flexibilität oder höhere Anforderungen stellt. Hier unterscheiden wir in dem klassischen 36-Stunden-Turnus ab Europa bis Rumänien oder vice versa. 24 Stunden für den Starkbrändenbedarf und dann im Worst Case der Emergency Service, der zwischen 8 und 12 Stunden Lieferturnus darstellt.